Hat Mimi Gwostz ihre Lippen aufspritzen lassen? Hoppla, ist Ex-Bachelor-Siegerin Michelle Mimi Gwostz, 27, etwa beim Beauty-Doc gewesen? Ihre Fans zeigen sich bei ihrem neuesten Schnappschuss jedenfalls sichtlich irritiert über ihre neuen Lippen. Fans irritiert, was sind das für komische Lippen? Hat sich Mimi Gwostz etwa die Lippen aufspritzen lassen? Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss wirken ihre Lippen jedenfalls seltsam verändert. Das irritiert auch ihre Fans. Was sind das für komische Lippen? fragt eine Followerin und andere finden, wie schade, dass du jetzt auch in diesen Plutivan geraten bist und nicht mehr die natürliche schöne Mimi bist, die wir kennenlernen durften. Die Lippen sehen krass unnatürlich aus. Bitte nicht ein weiterer Fan sieht es pragmatisch, selbst wenn sie sich die Lippen aufgespritzt hat, das ist in drei Monaten eh wieder weg. Ob Mimi wirklich beim Beauty-Doc war oder neuen Lippen nur durch einen Filter verändert aussehen, bleibt vorerst Mimis Geheimnis. Die Lippen sehen 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 die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020